Hallo Freunde, servus, herzlich willkommen hier zu zwei extrem geilen Informationen im Dev-Blog Nummer 8 zum LS17 wurde es bekannt gegeben, der Landwirtschaftssimulator 17 wird TrackIR haben, das ist quasi für die Unterstützung von entweder Kopfbewegungssteuerung oder Augensteuerung möchte ich gerne meine Meinung dazu sagen, irrsinnig gerne, weil ich das einerseits spannend finde, andererseits mir überhaupt nicht vorstellen kann, es geht hier eben darum, dass man sich quasi einen Sensor auf das Headset, hier sieht man es glaube ich am besten eigentlich, einen Sensor auf das Headset für die Kopfsteuerung quasi, dann kannst du in die Richtung blick die Kamera, wo du hinschaust, beziehungsweise man sieht es extremst gut, man sieht es auch mal in dem Kopfbewegungsvideo hier, wie der Kollege das macht, ich werde euch den Link von lsinfos.de natürlich verlinken unten, dann könnt ihr euch das Ganze selber nochmal anschauen, ist beschrieben und das Ganze gibt es auch auf Amazon zu kaufen um 200 Euro, das ganze Komplettset und natürlich auch die Augensteuerung. Meine Meinung zu beiden ist Folgendes, wenn ich persönlich jetzt ich vor dem Rechner sitze und LS spiele, dann sind ein paar Dinge, die ich mache. Erstens, ich schaue mit den Augen, das heißt für mich kommt, ich schaue nicht so, ich meine ich habe jetzt nur, ich glaube 28 Zoll Monitor oder 27 Zoll, weiß ich jetzt gar nicht genau, also der ist auch nicht so groß, dass ich so und so und so und so und so schaue, also überhaupt nicht, hätte da vielleicht so ein 65 Zoll Monitor, könnten wir darüber reden, de facto ist es aber so, dass ich quasi beim Spülen sitze, meine ihr seht es in Streams eigentlich eh am besten, ich sitze mit dem Linkrad, ja, ich weiß es nicht, ich schaue hin und wieder aufs Handy, ich schaue hin und wieder in Chat zum Beispiel und so weiter und so fort und kann mir das persönlich überhaupt nicht vorstellen, wie übertrieben der Kollege hier schaut. Ich weiß nicht, ob man im Raumschiff sitzt und ständig, man sitzt ja nicht im Auto und tut ständig so. Macht man auch nicht. Mit ganz persönlicher Meinung, braucht niemand teil, es gibt sicher Anwendungsbereiche, die extrem cool sind. Ich kann mir auch forschen, dass es extrem lässig ist, wenn es im Traktor sitzt und du schaust so runter und schaust darüber. Ja, aber was ich mir wieder nicht vorstellen kann, ist, wenn du irgendeine Taste auf der Tastatur hast, nach wie vor, ich spiele jetzt seit über 14 Jahren am Rechner Spiele und nach wie vor gibt es Momente, wo ich auf die Tastatur schaue. Warum immer? Keine Ahnung, ist so. Und wenn ich nachher theoretisch den Sensor habe und schaue wieder runter, dann schaue ich im Spiel auch runter. Also, macht für mich persönlich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, dass es diese Umfragen schon mal gegeben hat. Ist mir durchaus bewusst, dass es hier Leute gibt, die das extrem feiern. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, ist eine ganz persönliche Geschichte. Nur weniger vorstellen kann mir die Augentracking-Geschichte. Also wenn ich mir was vorstellen kann, dann ist das die Kombination, also die Geschichte hier, dieses Kopf-Bewegungs-Steuerungs-Ding. Aber diese Augensteuerung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da bin ich vielleicht einfach der falsche Spieler für die Geschichte. Nichtsdestotrotz, für die Leute, die es haben, die es gerne nutzen, absolut coole Geschichte. Aber für mich gibt es da etliche Punkte. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so lässig da hier mit Lenkrad sitze, ganz gemütlich da mit Lenkrad sitze ich da, habe meinen Joystick normalerweise, wenn er funktioniert, sitze ich da und jetzt möchte ich nach hinten schauen. Aber wenn ich weiter aus wie hier schaue, dann sehe ich ja gar nicht mehr einen Monitor. Muss ich mir dann hinter mir einen Monitor hinbauen oder so. Kann ich mir, wie gesagt, gibt es so viele Gründe, dass ich sage, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, eventuell ist das ein Ding, was man probieren muss, vorher möglich. Ich persönlich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber gut, das ist meine bescheidene Meinung. Aber wie immer gilt auch eure Meinung, Freunde. Deswegen würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Kommentare in den Kommentarbereich unten reinschreibt. Eure Meinung zu dem Thema Kopf- und Augenbewegungen oder Augensteuerung für den LS17. Ja, kommen wir gleich zum Seelenverwandten, nämlich zum nächsten Simulator im landwirtschaftlichen Bereich. Wir haben hier Kettle and Crops auf Steam. Noch nicht. Aber Freunde, die Geschichte ist folgendermaßen. Bitte, bitte, wie es da schon steht, helfen Sie mit, dieses Spiel auf Steam zu veröffentlichen. Steam Greenlight ist eine Möglichkeit für Spiele aller Art, je nachdem wie krass und groß die Unterstützung ist, auf Steam zu erscheinen. Das ist eine extrem geile Möglichkeit, ist eine extreme Chance für Kettle and Crops und ist etwas, was man unterstützen soll. Ich persönlich werde es unterstützen, habe aber jetzt aus Angst vor unendlichen Einladungen, die man so kriegt, einfach mal die Webseite offen. Das heißt, ich bin hier nicht angemeldet, weil dann müsste ich wieder den Code über E-Mail und so weiter anfangen. Ich werde es aber gleich auf meinem Steam-Programm am Rechner machen. Es geht nur darum, ihr müsst es einfach nur hier auf Ja drücken. Ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Ziemlich geil, 110.000 überschritten. Noch immer 25 Tage Zeit, bis die Kampagne auf Kickstarter beendet ist. Also wer Bock hat, nur weiter unterstützen möchte, vor allen Dingen Steam Greenlight kostet hier die Unterstützung keinen Cent. Also wer vielleicht gesagt hat, okay Kickstarter möchte, kann ich nicht finanziell mehr leisten. Hier auf Steam Greenlight ist noch immer die Möglichkeit oder ist jetzt die Möglichkeit, dass man da dementsprechend unterstützt. Das heißt, es würde noch an die Early Access Version im März 2017 dann zu 99% auch auf Steam erscheinen, falls die Unterstützung stimmt. Ich glaube, für den Abend haben wir mehr als genug Informationen und mehr als genug geile Infos. Zum einen die Kopf- und Augensteuerung vom Landwirtschaftssimulator 17 und zum anderen Steam Greenlight für CatalanCrops. Freunde, das war es gewesen. Gute Nacht, schönen Abend noch. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Information-Video. Wenn es wieder etwas gibt zum Berichten, dann werde ich wieder mit am Start sein. Ich merke noch gerade, Master Brainbytes ist gerade online. Ich werde jetzt einfach mal kackendreist eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja, Giants habe ich leider nicht unter meinen Freunden, aber probieren wir es mal bei Master Brainbytes. Ja, wunderschönen guten Abend noch. Bis dann. Tschüss.